jetzt geht's wieder los hier bei trackmania mit mark von brady hd und mit einer sehr abstrakten das war nicht gut wird es jetzt besser wird es besser ich hoffe ja aber nein aber ja aber nein nein kennst du kennst du boah das ist echt schwierig ich kann mich irgendwie nicht an dieser verfickten wand halten bis jetzt hat es auch nur einer gesagt boah nein das gibt's nicht jetzt mal ein bisschen die sicht geändert nein dann schaue ich das schon und das kriege ich dann nicht mehr hohoho das geht nicht klar jetzt war ich zu weit innen jetzt war ich wahrscheinlich zu weit außen was ging eigentlich und jetzt habe ich verkackt da war ich zu lange hinten an der wand genau gegen diesen einen pfeiler und das schon wieder aus dem ziel und nein 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 das gibt's nicht das geht nicht klar jetzt gehen sie das alle hin jetzt will ich es auch schaffen ja sechs leute haben es geschafft ich will auch nein fuck es geht nicht klar es geht nicht klar ich muss das wenigstens einmal in dieser runde hinbekommen und mich als kompletter voll lupier dafür stehner alter also wenn ihr euch jetzt lustig macht von wegen der kann das noch gar nicht dann holt euch das spiel einfach mal ist kostenlos und probiert es einfach mal selber aus das ist echt manche track davon sind echt schwierig jetzt haben es scheinbar noch mehr Leute geschaffen boah boah nein nein ich muss da bremsen es geht sonst nicht anders weil da hinten war ich gerade einfach viel zu schnell durch die ganzen Speedfelder hier könnt ihr mal unten rechts auf die auf die Geschwindigkeitsanzahl gucken und euch einfach mal vorstellen wie ALTER NEIN das gibt's nicht und nicht mal reinziehen wie dieses Teil auf den Teilen beschleunigt also es kann überhaupt nicht funktionieren ja ich weiß das Spiel ist eh unlogisch und so aber ich muss ja angewöhnen davon Gas zu gehen jetzt werde ich auch schon wieder zu schnell obwohl ich am Anfang sogar fast zu langsam war und wir haben noch 30 Sekunden und ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen jetzt letzte Chance wird aber unmöglich weil die beste Zeit die Zeit ist die ich noch habe und ja und damit war es das was cooler Drift am Ende nicht und ich hoffe ich hatte das erste also der das erste Rennen von dem Part gefallen auch wenn ich es nicht geschafft habe aber passiert manche Sachen davon sind einfach nur extrem schwierig alter der ist 150. in Europa das ist nice das ist mehr als nice da will ich auch hin also in so die Plätze von denen ich weiß gar nicht wieviel Teil ich jetzt bin aber kann ich ja gleich gucken auf jeden Fall mit dem deutschen Wagen hier geht es ab zur nächsten Runde die ziemlich abstrakt aussieht ach scheiße wie zum Teufel ich glaube ich muss rechts wie soll ich das jetzt einfach machen ja ich muss rechts rum dafür auch mal direkt die Frontansicht und gegen den Pfeiler weil ich es kann kann man natürlich auch theoretisch gesehen überhaupt mal zu schaffen was weiß ich einfach nein ja ha 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 Wow, 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 wo fliege ich hin, wo fliege ich hin, wo fliege ich hin, ich hab keine. Wo muss ich hin, wo fliege ich hin, da kam, nein, da kam ich nicht her, da kam ich nicht her, yeah. Doch, da kam ich her. Es gibt bei so krass vielen Maps GPS, dass man sich am Anfang angucken kann, um zu sehen, wie das funktioniert. Da hätte ich hier gerne auch, wow, nein, nein, shit. Aber ich hab echt keine Ahnung, wie das hier klappen soll. So nicht. Aber ich glaub, das wisst ihr auch, dass das so nicht funktionieren kann. Aber so, so. Jetzt mal ein bisschen cheat. Ja, wo es auch immer hin sollte. Ich hab echt keine Ahnung. Haben sogar schon zwei geschafft. Also, Respekt, Respekt. Ich hab echt keine Ahnung, wie... Ihr werdet jetzt bestimmt hier Lösungen schon rausgerunden haben und mich gerade auslachen, aber ich hab echt keine... Kein blassen Tümer. Vielleicht... Nicht so. Aber... Aber warum nicht direkt so? Das ist aber die beste Idee. Ha, hey. Schaff ich's, schaff ich's, schaff ich's? Nein. Ei, 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 ei. Was soll ich groß erzählen? Keine Ahnung. Das geht echt gar nicht. Ich mein, das ist ja noch so. Halbwegs schaffer und alter. Hm, hm, ne? Aber wo soll ich dann von hier aus hin? Ich werd mich jetzt erstmal ein bisschen orientieren, wie ich hier überhaupt weiterkomme. Ob ich hier einfach nur so immer wieder hoch muss. Das dann bis hier. Und da auf die Straße. Ich hab's, ich hab's herausgefunden und das in den letzten 20 Sekunden. Ich bin so ein Verrückt, Junge. Fähle ich das hier auch noch und... Das kann man vergessen. Aber jetzt weiß ich, wie es geht und jetzt hab ich keine Chance mehr zu machen. Weil ich nur noch 5 Sekunden hab, die ich dann vergröden werde. Scheiße zu bauen. Yay. Wow. Nicht geschafft. Yay. Und... Ach, scheiße. Auf jeden Fall bin ich auf der Europa-Randliste 35.000. Weil ich das erst seit heute spiele. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar. Ich freu mich. Auf die nächste... Ich hoffe, es ist ein Multif양 American. Das ist understand.